Musik Schön, dass du wieder dabei bist, hier auf meinem Kanal. Liebe Theaterfreunde da draußen, falls ihr diesem Jahr im Februar vielleicht Bock habt auf ein Theaterstück, dann jetzt schnell angucken und merken, am 16.17 und den 18. Februar ist eine wunderschöne, geile Sache und zwar die Ehrlichter. Die Ehrlichter ist eine Theatergruppe, eine Visions-Theatergruppe, die mit Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam ein Projekt starten wurden. Dieses Projekt heißt Danebenleben. Im letzten Jahr hatten wir natürlich Premiere gefeuert, danke dafür nochmal. Und jetzt möchte ich euch nochmal diesen Flyer angucken. Wir sind natürlich auf Instagram und Facebook zu finden. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr zu den Karten kommen könnt, jetzt aufgepasst. Ihr braucht nur den Flyer anzugucken, diesen Code hier, da ist er, diesen Code einzuscannen und dann kommt ihr automatisch auf eine Seite. Da müsstet ihr noch euren Vornamen und Nachnamen und der Anzahl der Karten eingeben und den Tag eingeben, ob das jetzt der 16., 17. oder der 18. Februar ist. Und dann halt nur noch halt sagen, okay, ich möchte jetzt am 17. Dann drückst du auf den 17. Februar. Dann sagst du weiter. Dann wird euch gefragt, ob ihr Rollschulfahrer seid oder nicht. Wenn ihr sagt, nee, sind wir nicht, wir können normal laufen. Dann drückst du einfach weiter. Und schon ist die Sache fertig. Natürlich, du wirst automatisch auf eine Tabelle gelistet, musst du nur an dem Tag, den du ausgewählt hast, um 18.30 Uhr, ja, um 18.30 Uhr im UK-14 sein. Was ist im UK-14? UK-14 ist ein, ja, ein Gebäude, was ziemlich neu ist und brandneu ist und natürlich auch halt oben drauf steht, UK-14 ist eigentlich ein Theatergebäude, wo viele Leute auch Theater spielen können. Ich bin auch unsere Wenigkeit, ja, ich bin auch Mitglied der Theatergruppe Ehrlichter und wir wollen euch gerne dazu einladen, vorbeizukommen, das Stück anzugucken und am Ende nochmal halt ein bisschen zu plaudern, vielleicht dann einen oder anderen Drink genießen und natürlich Autogramme. Das heißt aber auch, ihr müsstet zu uns kommen, um uns dann halt zu fragen, ob wir euch Autogramme geben können. Natürlich machen wir auch gerne. Freunde, das ist nämlich das Ding, was ich euch die ganze Zeit sagen wollte, aber ich bin nie dazu gekommen, dieses Video neu zu machen, denn das letzte Video, was ihr gesehen habt, war nur sechs Aufrufe und ich habe gedacht, naja, machst das nochmal runter und machst das nochmal neu. Also, Fazit am Ende. Der 16.17.18. Februar ist euer Ding, eure Karten zu bestellen. Auf diesem Code einzuscannen, persönliche Daten, die Namen, Vorname, Anzahl der Karten, den Tag auswählen und schon sehen wir uns um 18 Uhr bzw. um 19 Uhr auf der Bühne. Normaler Eintritt ist 17 Euro, nee Quatsch, 7 Euro, das ist ein normaler Eintritt und ermäßigt ist es 7 Euro. Je nachdem, ob ihr halt einen Schwerbehinderten-Ausweis habt oder nicht. Es geht halt Menschen, die solche Karten oder solche Ausweise haben, das ist ganz normal in Deutschland so geregelt. Wir sind die einzige Theatergruppe, die halt die Preise nicht hochpushen wollen, sondern halt so kreiert haben, dass man die Karten bestellen kann, kaufen kann und die Show genießen kann. Natürlich werden andere sagen, die haben die Preise gesenkt. Ja, wir dürfen das. Wir sind die einzige Theatergruppe, die halt die Preise unter dem Level haben kann. Also von daher, passt das schon. Also ich zeige es nochmal in der Kamera. Der 16., 17. und der 18. Februar jeweils um 19 Uhr. Bitte vorher um 18 Uhr da sein, 18.30 Uhr da sein, legen in den Karten. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ihr findet uns auf Instagram, Facebook und auch im Internet zu finden. Ja, liebe Freunde, das war es von mir. Ich wünsche euch auch einen schönen Mittwochabend. Seid gesund, bleibt gesund und bis dahin. Bis dahin. Macht es euch gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020